Hallo meine Mix-Freunde, heute starten wir in eine Kürbis-Trilogie. Ich habe euch das versprochen und zwar werden wir auf Insta folgt, habt ihr es schon ein bisschen mitbekommen. In meiner Ecke da drüben schlummern noch einige Kürbisse, die auf euch warten. Einer hat sich schon vertschüsst fürs Testen, einer ist gerade da in Arbeit und die anderen zwei warten auf den Rest dieser Trilogie. Also bleibt unbedingt dran, folgt mir, abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Rezepte nicht verpasst. Und ich verspreche euch, es werden leckere. Heute geht es los und zwar mit, also mit, also mega mega lecker und zwar ist es ein Knödelrezept. Ich habe euch versprochen, ich werde den Gugelix testen, noch ein bisschen mehr als wie im letzten Video. Also das habe ich euch, ja verlinkt mich, da habe ich euch den Gugelix einfach mal gezeigt und ein Rezept dazu entwickelt. Und heute gibt es ein weiteres und zwar machen wir uns Kürbisknödel mit einer leckeren Salbebutter. Gebräunte Butter und ich zeige euch am Ende, worauf ihr dabei achten müsst, weil es gibt ein paar Dinge bei der braunen Butter, auf die man schauen sollte, damit sie nicht schwarz wird. Und wir starten jetzt schon, wir legen los und fangen an uns den Kürbis schon mal für das Püree vorzubereiten. Der gehört ins Backrohr. Ich würde empfehlen ins Backrohr, warum? Weil, wenn ihr jetzt den dünsten Tatz oder oder kochen, wird einfach das Püree ziemlich flüssig und verändert somit am Ende dann die Knödelmasse. Wir geben uns für das Ganze, also einmal einfach eine Alufolie in eine Auflaufform und da kommt jetzt einfach mal der Kürbis rein. So, wenn ihr den dann drinnen habt, kommt flüssige Butter drüber. Die sorgt für mega Geschmack. Heizt euch das Backrohr auf 180 Grad Oberhunterhitze auf oder vor. Und jetzt haben wir da im Prinzip nur Gewürze. Kürbis Allrounder, einfach weil ich ihn liebe. Wir lieben einfach Just Spices, die Gewürze. Es ist auch so, die Kooperation ist echt seit kurzem erst zustande gekommen. Ich habe mich damals schon mal dafür beworben. Da war ich noch relativ klein, habe das dann aus den Augen verloren. Und ich liebe diese Gewürze. Und es wäre einfach ein Verbrechen, das nicht mit euch zu teilen. Aber ihr könnt natürlich euch einfach so euren Kürbis würzen, wie ihr das sonst auch immer macht. Das glaube ich sage noch, wer den zu Hause hat oder wer Lust hat, den Gutscheincode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und auch den Link einfach zur Seite. Und das Gleiche gilt dann auch für den Google X. Also falls ihr euch jetzt fragt, was ist das, schaut euch das Video an. Und wenn ihr dann Interesse habt, schaut es immer unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr immer alle Links. Und das ist alles Wichtige quasi, was ihr braucht. So, Salzen, Pfeffern, Kürbis Allrounder, die Butter und das war's auch schon. Und der wird jetzt im Prinzip nur so ein bisschen leicht dazu gedeckt und kommt ins Backrohr. Und zwar für circa 25 Minuten. Er soll schön weich werden, sodass wir ihn nachher einfach zu einem Püree verarbeiten können. Und das Tolle beim Hokkaido ist übrigens, ihr könnt die Schale oben lassen. Wenn ihr Butternuss oder so verwendet, dann würdet ihr einfach vorher den Kürbis schälen. Ihr könnt es auch an Muskatnuss verwenden, der wird auch super lecker da drin. Aber das Beste für mich, Aroma gibt einfach immer wieder der Hokkaido. Und das ist einfach mein absoluter Lieblingskürbis. Der kommt jetzt, wie gesagt, ins Backrohr. Natürlich habe ich das für euch vorbereitet, aber der ist auch noch im Ofen. Der kommt gleich raus. Bis dahin fangen wir schon mal mit der Knödelmasse an. So, was wäre ein Knödel ohne Knödelteig? Gar nichts. Nämlich, was ist jetzt ein Knödel? Ein Knödel sind bei euch in Deutschland Klöße. Warum erwähne ich das jetzt? Ich kriege wirklich immer wieder Fragen gestellt. Und ich glaube, vor allem im Norden Deutschlands war das, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass einfach das auch gar kein Thema ist bei euch oder nicht so bekannt oder ihr zumindest eine andere Art macht. Und viel auf Kartoffelbasis und wie auch immer. Auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr kein Knödelbrot kriegt, dann macht es einfach altbackenes Weißbrot. Zum Beispiel Semmeln, also ich weiß jetzt nicht, wie man die so nennt, aber diese einfach weißes Brötchen oder selbstgebackene. Dadurch, dass ihr euch die einfach ein, zwei Tage fester werden lassen, würfelt es euch dann und dann habt ihr im Prinzip die ideale Bedingung, Voraussetzung für euren Knödelteig. Und wir starten für diese Klöße mit Zwiebeln. Also es gehört auf jeden Fall mal eine Zwiebel rein. Die wird für vier Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. So, jetzt wird einfach alles mal ordentlich nach unten geschoben. Und dazu kommt jetzt der Rest von der Butter. So, der Deckel kommt drauf. Ihr nehmt jetzt den Messbecher runter und jetzt ist es soweit. Und ihr setzt entweder euren Gareinsatz auf, das heißt, wie es im Rezept meistens auch bei Rezepten vorgeschlagen wird, oder ihr macht es jetzt ein bisschen smarter und nehmt diesen kleinen, dieses Wufo oder den Mixed Taste. Also völlig egal, hauptsache einfach was anderes als mit dem Messbecher. Und dann könnt ihr das Ganze für drei Minuten auf 120 Grad Stufe 1 andünsten. Wenn ihr jetzt euren Zwiebeln angedünstet habt, dann ist es jetzt wichtig, dass ihr zuerst die Milch dazu gebt, damit wir uns da drinnen keine Eierspeise machen. Dazu lassen wir das Ganze jetzt auch noch ungefähr, ja, fünf, zehn Minuten einfach ohne Deckel abkühlen, bevor wir dann unsere Dotter dazu geben. Warum Dotter? Ich gebe ganz gern zu Knödeln einfach einmal nur Dotter dazu. Das könnt ihr aber so handhaben, wie ihr möchtet. Wenn ihr ganze Eier dazu gebt, dann gibt es ungefähr 20 Gramm weniger Milch dazu. Dann habt ihr einfach das gleiche Maß an Flüssigkeit und habt es am Ende ein tolles Ergebnis. Genau, wir warten jetzt ungefähr zehn Minuten, bis das abgekühlt ist. Dann kommt der Rest dazu und dann ist auch unser Kürbisch schon soweit fürs Püree und wir können starten. Ich tue mir aber vorhin noch das Knödelbrot in eine große Schüssel, weil ich da am Ende alles immer ganz gern zusammen gebe und durchmische. Damit ich einfach bei ein bisschen größeren Mengen, damit ich dann einfach schön alles gleichmäßig vermischt habe und nicht zu einem Brei habe. Genau, also jetzt heißt es nur kurz warten. So ihr Lieben, jetzt ist das wirklich schön abgekühlt. Das heißt, wir geben jetzt auch schon mal dazu die zwei Dotter und Salz und Pfeffer. Das wird jetzt für unsere Masse für zehn Sekunden auf Stufe 3,5 schön vermischt. So ihr Lieben, jetzt ist es soweit, dass ich das Mehl, also ich gebe das immer ganz gern schon zum Knödelbrot dazu und dann kommt auch schon unsere, die nassen Zutaten zu den trockenen. mischt es da rein, aber was fehlt, ja genau, unser Kürbispüree. Das bereiten wir uns jetzt natürlich schon dazu, aber dazu muss ich eben zuerst den Mixtopf leeren, gebe das alles da raus, stellen wir den wieder zurück und dadurch, dass das am Ende alles zusammenkommt, völlig egal, also ihr braucht das jetzt nicht den Mixtopf spülen. Ich hole mir jetzt noch schnell meinen Kürbis und da ist er schon. Aus dem Ofen herausgeholt habe ich mir den und der ist jetzt nicht butterweich, also der muss euch jetzt nicht zerfallen, aber er soll weich genug sein, dass ihr ihn einfach auch pürieren lasst. Da der ziemlich heiß ist, lasse ich ihn auf meinem Brett stehen, hole mir jetzt da einfach diese Stücke raus und ganz wichtig, ihr Lieben, wenn ihr seht, der lasst sich schon richtig schön schneiden, man merkt da beim Schneiden, dass das schon so richtig feine, also schon nicht mehr roh ist, das merkt man, er war ja im Ofen, ha ha ha. Genau, und auf jeden Fall, lasse ich den jetzt einfach in Stücke schneiden, damit sich der Thermomix dann einfach nicht zu schwer tut und füge alles hinzu und ganz, ganz wichtig, unbedingt nicht vergessen, diese leckere Butter mit den Gewürzen, die was da drinnen ist, nachher auch dazugeben. Auf keinen Fall ausleeren, weghauen, darum ist wichtig, dass ihr die Alufolie ein bisschen am Rand macht, damit euch das auch schön da drinnen bleibt und ja, das machen wir jetzt im Schnellverfahren. So, ihr Lieben, dazu kommt Muskatnuss und Zimt, zwei unbedingte Must-Haves noch zusätzlich, dann, obwohl im Kürbis allrounder, ich sage euch jetzt auch, was da drinnen ist, damit ihr das auch dann für euch nachmachen könnt, ein rosa Kristallsalz, Zwiebel, Knoblauch, Kurkuma, Paprika, Edelsüß, Ingwer, Kreuzkümmel, also Kumin, Chili, Koriander und getoastete Zwiebel und Zimt. Zimt deshalb nicht so viel, aber schon eine ordentliche Prise Muskatnuss auf jeden Fall und das, was ich zum Schluss reingeben habe, nicht vergessen, einen Schuss Balsamico und Weißen. Ein Essig rundet den Geschmack von Kürbis ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so bei Knoblauchsuppe zum Beispiel gibt man auch gerne einen Apfelessig mit rein und in dem Fall gebe ich einfach ganz gerne auch bei einer Suppe voll gerne mal so einen Schuss von einem Essig mit zu, genau, also das rundet einfach alles ab. Jetzt geben wir den Deckel da drauf und das wird jetzt für 45 Sekunden von Stufe 5 bis Stufe 9 einfach ansteigend püriert. Wir sind schon fast am Ende. Ihr dürft jetzt da schon mal alles so ein bisschen durchmischen und dann merkt ihr auch eben gleich, da fehlt noch was. Und jetzt kommt dieses leckere Püree da dazu. Gebt es mal nicht alles auf einmal rein, gebt es einfach immer so, immer so Drittel für Drittel dazu und mischst es dann einfach so am besten wie ich jetzt mit einem Spatel einfach unter. Und durch dieses Püree kriegt es zum einen mega Geschmack und zum anderen die Feuchtigkeit eben, die es nur benötigt, damit es eine perfekte Knödelmasse wird. Vielleicht wie ich noch die Knödel-Tante, wir lieben Knödel und ihr habt so viele Ideen für Knödel. Eigentlich kann man mit so viel und mit allem und irgendwie überhaupt so viel Knödel machen. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, ihr liebt auch, nein, ich weiß, ihr liebt Knödel auch. Also da bin ich schon des Öfteren von euch ein bisschen in die Richtung getrieben worden. Und es waren auch wirklich auf das Video mit dem Google X sehr, sehr viele Anfragen von euch, was Knödel angeht. Also Knödel, Knödel, Knödel ohne Ende. So. Schreibt es mir gerne in die Kommentare eure Lieblingsknödel. Das würde mich echt interessieren. Da hat jeder so eine andere Vorliebe. Und jetzt ist es noch wichtig, dass wir uns die Konsistenz vom Teig ansehen. Aber die ist wirklich schön. Also die darf genau so sein. Sie soll nicht zu feucht, sie soll nicht richtig nass sein. Aber wenn sie zu wenig Feuchtigkeit hat, haben wir das Problem, dass der Knödel einfach furztrocken wird. Und wir wollen keine furztrockenen Knödel. Genau. Und jetzt gebe ich mir alles an Masse, die da reinpasst, in den Google X. Werde mir aber auch den Varoma zur Hand nehmen und werde einfach den Varoma unten mit den restlichen Knödel als normale Knödel formen. und dann haben wir es auch schon. So, nehmt ihr die Deckel ab und dann heißt es auch schon Google X befüllen. Ihr könnt die jetzt befetten. Ich muss ehrlich sagen, ich probiere das tatsächlich ohne, weil es ist Knödelteig, es ist wirklich nicht wenig Fett im Teig selber. und ich gehe davon aus, dass es flutscht nachher, beziehungsweise es kein Problem gibt mit Knödel und werde euch das aber dann wissen lassen. So wisst ihr das dann auch. Auf jeden Fall füllt ihr den nicht ganz voll, sondern so lasst so ein, ja, ein Fingerbreit obenrum frei, weil die breiten sich ja doch natürlich nur ein bisschen aus und das macht es einfach mit allen sechs Google Hupf-Formen. So, übrigens, wer nicht jetzt den Google X zu Hause hat, der kann es alternativ in diesen Wunderpoach 4-6 machen. Also ihr kennt es den wahrscheinlich. In dem Fall vorwärts auch funktionieren. Ich verlinke euch die unten und kann es euch ein Bild machen und ein Video kann ich da gerne auch rein. Also wie gesagt, da könnt ihr die natürlich genauso drinnen zubereiten und einfach nur damit ihr wisst, ihr habt auch Alternativmöglichkeiten. Der Teig füllt sich übrigens perfekt an, gell? Also wer schon mal Knödel gemacht hat, Spinatknödel am Anfang, das war so eins meiner ersten Rezepte mit dem Thermomix damals und wie ich aus der Gastronomie kommend Knödel gekannt habe vom Thermomix, war das so eine Masse, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was soll denn das werden? Also es wird ja alles, nur kein Knödel. Aber ich muss sagen, ja, das war auch eines der Rezepte, die mich extrem überzeugt haben, weil es funktioniert und es ist einfach so, so perfekt geworden, dass es eben dieses Gatschige, habt ihr da keine Angst, seid schon, jetzt ist meine Kaffeemaschine, die hat schon genug für heute. So, und aus der restlichen Masse macht ihr euch nochmal Knödel. Und ich werde mir da jetzt in die Mitte, werde ich mal probieren, wie das ist, wenn ich da ein Herzlein mache. Das ist mir jetzt irgendwie gerade so eingefallen, wie denn das wäre, wenn man ein Knödel in eine Herzform drückt. Funktioniert das oder? Das werden wir jetzt herausfinden. Ich lasse euch nachher wissen. So, die geformten Knödel zusammen mit den Gugelix, ich bin schon so gespannt, dann Deckel drauf, kommen wir mal zur Seite, während wir da ungefähr, bis zur Messerbedeck, also 500 Gramm Wasser, geben wir in den Mixtopf zum Dämpfen, ja, ein bisschen Salz, einfach für die Pflege von unserem Mixtopf, und der Deckel drauf, hab den Mixtopf einfach nur kurz durchgespült, weil er wird jetzt im Endeffekt auch nochmal gewaschen, sage ich mal, mit heißem Wasser, am Ende spülen wir dann nochmal im Vorspülmodus, und die Knödelchen werden jetzt gedämpft für 25 Minuten, auf der Varoma-Stufe, ganz, ganz wichtig, Stufe 1, und dann, gegen Ende der Dämpfzeit, oder wo die fertig werden, machen wir uns dann unsere braune Salbeilbutter. Ihr Lieben, wir machen uns jetzt die braune Butter für unsere Knödelchen, die sind bald fertig, und ihr gebt einfach so ein Stück Butter, nach Wahl, das sind jetzt ungefähr 50 Gramm, die geben wir da jetzt rein, die lassen wir jetzt so langsam so da hinschmelzen. Wenn die dann flüssig ist, könnt ihr schon anfangen, euren, also einen Salbei tue ich einfach immer ganz grob so, ne, tue ich einfach immer nur ein paar Blätter, super, zerreißen, und gibt es, eigentlich könnt ihr es gleich mit rein, ist völlig egal, gebt es die da so mit dazu, und dann lassen wir das Ganze einfach so vor sich dahin schmelzen, und wenn es dann geschmolzen ist, dann ist einfach wirklich wichtig, dass ihr immer wieder ein bisschen umrührt, weil es löst sich quasi die Molke aus der Butter, also nicht immer nur Wasser, wie das oft auch so gesagt wird, sondern die Molke, und die darf man einfach immer wieder einrühren, ansonsten kann es sein, dass euch was am Boden anbrennt. Wir wollen jetzt keine schwarze Butter, mir ist das auch schon des Öfteren auch mal passiert, muss ich auch gestehen, aber ihr dürft es im Endeffekt dann nur, nicht die ganze Zeit umrühren, weil es muss sich auch was lösen, dann setzt diesen weißen Schaum an der Oberfläche, und dann dürft ihr einfach regelmäßig rühren, mal kurz wieder durchrühren, und das machen wir einfach so lange, bis es leicht anfängt, sich die Farbeerwängel zu verändern, das merkt ihr dann auch, und dann haben wir unsere gebräunte Butter fertig, und die ist dann ideal, durch das, dass der Salbei da jetzt drinnen schwimmt, wird das schön aromatisiert, und die können wir uns dann abseihen, und einfach über die Knödelchen, so ein Löffelchen drüber geben. So, meine Butter hat jetzt genau diese Farbe, die ich will so leicht gebräunt, man sieht dann auch so leichte Pünktchen drinnen, aber es darf auf keinen Fall schwarz oder zu dunkel werden, sonst schmeckt es ihr das, und dann ist es nicht mehr gut. Dann würdet ihr euch einfach, ich habe da ein Sieb in eine Schüssel, und würdet ihr euch das einfach reinlernen, und abseihen, so habt ihr einfach wirklich euer braune Butter dann parat, also so habt ihr euer Butter dann parat, und könnt ihr die jetzt super verwenden. Die Knödel sind gleich fertig, und dann können wir schon anrichten, servieren, am besten gibt es bei euch einen Blattsalat dazu, vielleicht noch den restlichen aus dem Hochbeet, genau, vielleicht auch nicht mehr, aber Salat ist auf jeden Fall eine super leckere Zusatzung, Beilage da noch, und ja, jetzt geht es gleich ans Anrichten. So ihr Lieben, jetzt sind wir gemeinsam gespannt, oder? Und zwar heben wir uns die Knödelchen da herunter, die aus dem Google X zeige ich euch dann am Foto, weil ich die stürzen muss, boah, aber perfekt, ich zeige euch das anhand von einem Knödel, weil da sieht man einfach, finde ich, die Konsistenz perfekt, oder halt was heißt die Konsistenz einfach die, ja, also ideal, und passt auf, wenn ihr da jetzt dann reinstecht, saftig, richtig, richtig gut, und das Wichtigste beim Knödel ist, dass er durch ist, und dass er schmeckt, und der, und der, boah, mega, sind immer so Gerichte, da habe ich echt Probleme zum Warten, bis wir alle am Tisch sitzen, ich werde euch auf jeden Fall, die Google X Knödelchen, stürze jetzt auch noch raus, mache ich auch noch, aber auf jeden Fall, ein bisschen braune Butter, ein bisschen Parmesan, und schon ist fertig, und schon ist fertig, ich wollte die nur ein bisschen abkühlen lassen, aber ich würde euch das ja nicht vorenthalten, nehmen wir die Deckelchen runter, passt auf, lasst euch, also dass es euch nicht brennt, das kann leicht mehr abasieren, und flupp, und tapp, schauen wir mal, vielleicht habe ich unrecht gehabt, mit meiner Nicht-Einfett-Variante, oh yeah, nein, die gehen sicher raus, die lasse ich jetzt ein bisschen abkühlen, und ihr seht, der Google X ist fertig, ein deftiger Google X Kürbisknödel, also ich bin begeistert, voll süß, und auch von der Konsistenz, mega, also das sind die besten Knödel, ich sage es euch, die, die eben nicht so fest und kompakt sind, weil die kann jeder, nicht jeder kann diese mega weichen, fluffigen, saftigen Knödelchen, ihr kennt es jetzt, dank meines Rezepts, probiert es aus, wie gesagt, eure Lieblingsknödelchen, unten in die Kommentare, schreibt es mir voll gern, wie euch das Rezept gefallen hat, ich freue mich, wir hören uns, und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit, also ich werde mir das jetzt richtig schmecken lassen, und ja, seid schon gespannt auf das nächste Kübisrezept, also dranbleiben, bis ganz bald, tschüss.